Geht. Jetzt zieht mir Acht ab. Ah, jetzt hab ich zwei abgesungen, das ist doch viel Buster. So. Ich glaub ich, ne, bei dem verschwende ich jetzt kein Mana. Das ist gleich eine Verschönung bei dem jetzt. Ich meine, der ist jetzt ja sowieso gleich tot. Von daher. Oh, und das ist lagged. Warum lag das? Menno. Ich will nicht, dass es lagged. Das ist scheiße. Oder ich hab einfach... Irgendwelche Halluzinationen, das lag in Wirklichkeit gar nicht. Aber nur für mich lag das irgendwie. Das kann natürlich auch sein. Was irgendwie dann komisch wäre. Glaube ich. Wow, hat das jetzt... Hab ich jetzt wenig bekommen, jetzt weiß ich Cless. Wieso hab ich den nochmal Cless genannt? Aus Drache glaub ich war das, oder? Ich weiß es nicht mehr. Und das war am Schlafen. Ich hab's geweckt. Einfach mal eiskalt. Ich bin schlimm. Hooh! Da 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 da. Was ist denn? Okay, jetzt setze ich aber... Nein, ich setze keine Makiaden. Fine. Ich meine, setz ich noch nicht, nein, Sammy, weißt du. Ob ich kille ich den möglichst... Oh, scheiße. Klass stirbt jetzt. Oh, hei! Ich weiß gar nicht, wie kann man da überhaupt angriffen auszweichen? Oh, scheiße. Ich weiß nicht, ob ich auch die Dina wiederbleiben kann, wenn ich sie heilen möchte, quasi. Also, wenn ich jetzt einen Speziallikör auf die einsetze. Oder einen normalen Likör. Was ist das eigentlich für Alkoholiker, wenn die Likör wohl zum Heilen werden? Das ist ja immer ganz, äh, merkwürdig. Ich meine, Alkohol lindert keinen Schmerz. Glaube ich zumindest. Äh, boah, ey. Nutzen. Schaffen. Nein, kann nicht. Was, was steht da? Kann ich's im Kampf? Nö. Äh. So, was war das? Nimm Pulverform, beruhigt den Geist und schwimmt das Gift aus. So. Ich fett dann, äh, Nacht auf. Also, ich, ja, beim nächsten Speichepunkt werde ich dann die kurz, äh, was heißt kurz, ich fett dann die offener Wänden und es dann auch später rendern. Ah doch, es gab Doppelkämpfe, beziehungsweise siegen mehrere auf einmal. Ach, nö. Ich fett, ja, das ist sehr sinnlos dargestellt. Ja, ist schon klar, ich kann Erfahrung oder sonst was. Und das Masse verschwindet einfach. Das ist sehr logisch. Nicht. Äh, ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Ich will nur einen Speicherpunkt. Ähm. Was steht da? Die Tür bewegt sich nicht. Okay. Da muss ich hier wahrscheinlich was einsetzen. Irgendetwas wurde hier aus einem Loch ausgegraben. Ach, das Vieh hat sich einfach mal versteckt da. Äh. Ich möchte nicht kämpfen. Zwei Teralko. Aber das ist unverwendig, wenn die zwei Viecher sind, aber ich kann nur eins einsetzen. Und ich hab's nicht geschafft zu entkommen. Logisch, wenn er auch auf der Stelle läuft. Ähm. Nein. Ihr werdet mich nicht töten. Das sag ich euch jetzt schon, von Anfang an. Äh. Rückzug. Sofort. Und ich hab einfach mal auf X, einfach weil ich's nicht kann anscheinend. Toll. Wenn ich jetzt sterbe, ne? Vor allem, ich rede jetzt schon vom Sterbe, obwohl die mir nur so um die 10 abziehen. Das heißt, ich hab eigentlich noch vier Runden. In zwei Runden hab ich nur Zeit. Beziehungsweise vier Angriffe. Äh. Ja, komm. Jetzt aber. Okay. Komm. Mann, das ist jetzt geklappt. Diesmal sauer. Schön. Aber ey. Das... Bäh. Äh. Dann heil ich mich mal kurz mit Krug kurz. So. Das ist halt mich nur um 40. Was soll der Scheiß? Mann. Kann ich... Ich glaub, ich schau mal, ob ich die Tassenbelegung irgendwie umbelegen... Ja. Die Tassenbelegung umbelegen. Wurde das ja eigentlich richtig. Und noch so ein Vieh. Mann. Könnt ich mal damit aufhören? Ich kämpfe nicht ohne Place. Ich... Außerdem hab ich schon so einen Vieh. Dann brauch ich nicht ein zweites. Weil dann könnte ich eigentlich... Fehler... Also könnte ich mehrere Vereine. Z.B. Terrafraid. Oder wie das Vieh heißt. Könnte ich dann damit machen. Äh. Das glüht. Warum kann ich es nicht nehmen? Das schaut perfekt aus. Um das einzufügen. Aber anscheinend möchte ich das nicht. Okay. Ähm. Ja. Das... Was... soll ich da machen? Äh. Gauka kommt. Ja. Gut. Hab ich geschafft, jetzt da wegzukommen. Das ist gut. Äh. Was? Wie? Was? Wie bitte? Ähm. Okay. Hat sich das da... Hat sich das Vieh da versteckt? Oder warte? Boah. Boah. Was? Was? Oh. Noch eine Steintafel. Eine Tafel lehnt an einer Libellenstatue. Magieeinsatz 1 aufgenommen. Okay. Dann schauen mal, was da so steht. Mana wird langsam wiederhergestellt und während einer Verteidigung ist Schaden wenig wahrscheinlich. Geschickte Verteidigung verbessert Spezialangriff und Magie. Ach genau. Ich glaub ich... Ich geh mal mit dem Jägerohrring nach Hause. So. Ach. Ach. Ah okay. Ich kann nur den Wald verlassen. Okay. Aber... Ja. Das reicht eigentlich schon. Dann geh ich halt, ähm... Dingens Kirchen kurz rein. Und... Danach halt... Dingens Kirchen speichern und die Aufnahme wenden. Das ist zwar diesmal sehr kurz, ich weiß, aber... Ich hab diesmal nicht so viel Zeit. Aber ich wollte unbedingt was aufnehmen. Ja, okay. So. Ja, ich hab... Einen hab ich, glaub ich, nur. Oder? Ich weiß es nicht. Ich glaub ich hab nur einen Geist gesammelt. Ja, okay. Dann sorge dich mal um den. Äh... Vereinen. Ich werde mal schauen. Äh... Wie schaut das... Ergebnis aus? Nein, ich will nicht vereinen. Ich will erst mal anschauen. Okay, langsam wird das un-fucked-up, Dude. Soll ich sie jetzt vereinen? Ja. Oder? Über Angriffssinger, aber... Äh... Das ist eigentlich scheiße. Ne, lieber nicht. Dann mach ich das lieber mit... Mann! So. Dann mach ich über Tafraid und Terracco. Weil das schaut schon besser aus. Ja, schaut viel besser aus. Und wie schaut das Vieh aus? Oh, das ist doch süß. Und genau so hat es auch... Äh... Hat auch... Irgendwie... Klass mit... Parteien oder... Ich weiß nicht mehr. Irgendwie so hat es ausgesehen. Aber das schaut doch gut aus. Komm. Soll ich sie jetzt vereinen? Ja, sollst du. Aber ich weiß nicht, wie ich sie die nennen soll. Doch... Terracco... Terracco... Nein, nicht Terracco... Ähm... Bum... Bum... Ich hab keinen Namen. Ich kann sowieso nur 3 mitnehmen. Von daher kann ich sie nicht nach äh... Cels of the Teja Charakter nennen. Ich meine, 4 hätte ich ja schon bereits gehabt, oder? Einige haben schon... Also ich habe... Ach! Das hat gar nichts damit zu tun, jetzt überhaupt. Warum denke ich um darüber nach? Ähm... Sie soll ich sie nennen? Äh... Ich weiß, ehrlich jetzt nicht... Ich würde sie auf jeden Fall nicht... Standard... Standardzesbän... Standardisiert nennen. Ähm... Bum... Ich nenne ihn einfach als Mat... D-O... Nein... R-C... H... Torch! Wobei... AAH! Ach, ich kann das ja später umbenennen... Nein, sollst schon... 2... Wie würde Torch... mit, äh... Talch... ausschauen? Ähm... Hat das 4 Augen, oder was soll das sein? Nein... Nein... Mit Partai-Move... Partai-Move... Okay, das schaut irgendwie geil aus... Mach ich, oder? AP sinkt um 4... Abwehr sinkt um 1... Angriff Monkey steigert sich um 2... Aber Mana steigert sich auch um 2... Nein, und wie war es bei Talchu? Okay, da ist es eigentlich anders schon... Ich hab's raus... Ne... Mach ich lieber nicht... Äh... Alles ist fertig, bis zum nächsten Mal... Tschüss... Nein... Noch nicht... so ja ich werde da nicht ja sieht man ja dass ich speicher ich bin auch sehr intelligent ja ich werde das dann später ändern also jetzt nicht sofort im nachhinein weil jetzt habe ich ja keine zeit ja ich danke trotzdem fürs zuschauen auch wenn es diesmal kurz war ja wir sehen uns dann bei der nächsten folge oder bei dem nächsten etwas hochgeladen wird weiß ich noch nicht also danke fürs zuschauen auf jeden Fall tschüss